So, hier befinden wir uns, das ist unsere Katze Midnight. Oh Katzim, was wird das erste sein, das du tust, wenn wir zu Hause sind? Essen natürlich, essen bis ich einschlafe. Und du? Hihi, ich denke, ich würde dasselbe tun. So, außerdem haben wir gestern einmal unser Familienfoto zurückbekommen. Das können wir uns einmal anschauen. Das sind wir, unsere Katze. Ich glaube, unsere Eltern und ich glaube, unsere Tante. Oder wie auch immer. Und wir haben ein Buch bekommen. Da wollte ich mal reingucken, was da so drin steht. Okay. Ich suchte die Wahrheit, doch fand, das Unerwartete. Ich fand, was meine Sinne mir nicht zeigen konnten. Ich fand die Wahrheit, die still im Unbekannten liegt. Leon Castello, einer der Tausend. Mein Name ist Leon, ich bin 92 Jahre alt und lebe allein in einem kleinen Haus weit ab der Stadt. Ich muss sagen, dass mir Schmuckhäuser oder Klamotten nie etwas bedeutet haben. Seit meiner Kindheit habe ich mit den Tieren, Pflanzen und Insekten gesprochen. Und obwohl ich nie eine Antwort bekam, gab ich niemals auf. Wenn du das liest, suchst du vielleicht nach Antworten. Und vielleicht siehst du Dinge, die andere nicht sehen. Oder du fühlst, was andere meiden. Du hörst die Stille und wirst eins mit allem. Was gibt es noch in diesem Buch? Kannst du sehen? Ja. Ich kann nicht aufhören, kann es nicht kontrollieren. Die schwarzen Schatten sind überall. Das Blut, die Nachrichten, die Schreie, der ganze Schmerz. Ich weiß nicht, warum mir das alles passiert. Schrei, weil es weh tut. Ah, das da links ist übrigens das Monster, was wir gesehen haben, was anscheinend unsere Eltern getötet hat. Bei einem schrecklichen Unfall wohl. Aber das ist anscheinend das Monster, was uns so viel Angst einjagt, wo wir denken, es hat unsere Eltern getötet. Ich bin sehr gespannt, was es am Ende sein wird. Vielleicht haben wir auch unsere Eltern selbst umgebracht. Ich habe gar keine Ahnung. Super seltsam. Ich hatte eine Vision. Ich atme immer noch die Angst, die befindet sich im Kriege mit meinem Verstand. Einer der Schatten kam herab vom Himmel. Ich dachte, er sei ein Engel. Sein Name ist Remor, der Prinse Dunkelheit aus der fünften Realität. Er sprach zu mir, spielte mit mir und zeigte mir all die Schrecken. Er sagte, es sei der Schlüssel zu seiner Existenz. Ich kann mich selbst sehen. Das andere Ich lügt mich an, spricht von all dem Schmerz und Leid in meinem Leben. Das andere Ich will, dass ich mich umbringe. Er lächelt, während ich buchstabiere. Bring dich um. Und ich habe es versucht. Hypnotisiert von seinen Worten. Aber es gibt immer etwas, das mich rettet. Es muss die Liebe zum Leben sein. Ich traf einen Schatten. Er sprach zum ersten Mal mit mir. Ihre Rasse heißt Kamalas. Sie jagen Schwäche und Schmerz. Ich fragte, ob sie menschliche Körper besitzen. Und er sagte, wir werden aus Furcht und der unkontrollierbaren Krankheit des menschlichen Geistes geboren und leben davon. Für sie sind wir unsichtbar. Aber unsere Existenz befällt jede einzelne Zelle bis zum Ende. Danach begann es zu regnen. Und als er fortging, hinterließ er eine schwarze Ölspur. Ich glaube, dass mein Wasser sie reinigen kann. Nachdem ich sah, wie die Kamalas auf Wasser reagieren, dachte ich an ein Experiment. Letzte Nacht ist mir Unglaubliches passiert. Es scheint, dass sich die Kamalas in eine neue Kreatur verwandeln, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Es schmerzte die Metamorphose mit anzusehen. Nach der schrecklichen Schrein beruhigen sich die Kamalas und beginnen am Boden zu weinen. Es scheint als Verschwende der Schmerz. Nach ein paar Minuten erhob sich ein helles, friedliches Licht direkt vor meinen Augen. So ein Engelswesen haben wir ja auch gesehen, oder? Im Wald? Ziemlich sicher, dass wir so ein Wesen auch schon gesehen hatten. Es fühlte sich an, als ob die Kreatur meine Gedanken lesen kann. Danke, dass du mich erweckt hast. Ich habe gelitten. Ich muss dorthin, wo ich hingehöre. Ihr Terresta wartet. Alle Valokas müssen nach dem Erwachen dorthin. Wenn du das Licht sehen willst, komm mit mir. Du hast den Schlüssel, sagte sie. Ich antworte nicht. Nach einer Weile war sie verschwunden. Das sind die Valokas. Okay. Ich habe meine Notiz gelesen, ob ich etwas vergessen habe. Ich erinnere mich an Remo aus der fünften Realität. Wenn es eine fünfte Realität gibt, muss es mindestens vier mehr geben. Ich dachte daran, dass die Terresta vielleicht keine Stadt dieser Welt ist, sondern eine eigene Realität. Ich bedauere zutiefst, dass ich die Einladung der Valokas nicht angenommen habe. Seit ich die Valokas gesehen habe, sehe ich andauernd diese drehenden Diagramme in meinen Kopf. Und einen einzigen Satz. Zeit ist der Rhythmus deiner Wahrnehmung. Okay. Wir können übrigens mal die Pillen nehmen und mal abchecken, wie es hier aussieht. Also ihr seht, auf Pillen sieht die Welt ein bisschen unheimlicher aus. Unsere Katze ist auch weg. Oh Gott, ein Babyskelett. Sie haben es wohl nicht rechtzeitig geschafft. Gute Nacht, süße Träume. Okay. Gehen wir mal weiter. Können wir mit denen reden? Hallo? Seid ihr neugierige Insekten, die stecken bleiben? Sie schlafen. Verstecken sie gar nicht fest. Mal ohne Pillen. Okay, ihr seht, ohne Pillen und mit Pillen sieht die Welt ein bisschen anders aus. Ähm. Oh mein Gott, diese Brücke sieht gruselig aus. Was können wir da machen? Oh, Fran, komm schon. Wir müssen nach Hause. Wir haben keine Zeit, ängstlich zu sein. Ich, ja, aber ich habe ein bisschen Höhenangst. Hm, kann ich zuerst? Ja, dann folgst du mir. Okay, Katzchen, du bist so süß. Ich bin direkt hinter dir. Komm schon, Fran, gehen wir. Ich warte auf dich. Voll unheimlich, Alter. Locker fallen wir jetzt runter. Locker, oder? Als ob das nicht passiert. Es passiert nicht? Doch. Fran, warte. Oh oh. Der gruselige Dämon, von dem ich euch erzählt habe. Da ist er. Nein. Oh mein Liebling, ich kann mich nicht mehr halten. Ich will nicht sterben. Du wirst nicht sterben, Fran. Komm schon, du schaffst es. Spring. Okay. Und los. Hab dich. Die Katze mit der Pfote. Oh. Fran! Nein! Und hinterher. Wenn dein Freund runterspringt, springst du hinterher? Ja, das mache ich. Hab keine Angst, Fran. Wir fallen immer... Und nach dem Schmerz stehen wir wieder auf. Okay. Oh liebe Tante Grace, verlass mich niemals. Weine nicht, meine Kleine, dein Herz ist rein und dein Geist wurde gequillt. Du musst bleiben und deinen eigenen Weg gehen. Bitte, Tante Grace, warum holst du mich nicht einfach hier raus? Bitte. Bitte. Du lässt mich einfach ganz allein wie meine Mutter und mein Vater. Tut mir leid, meine liebe Fran. Du wirst es schon bald verstehen. Tante Grace, nein, geh nicht. Bitte. 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 Fran, es ist Zeit für deine neue Medizin. Oh, dieser Arzt, Alter. Oh. Wo sind wir hier? Sind wir tot? Wir sind die Katze. Oh, was ist passiert? Wo bin ich? Fran, wo bist du? Ah, hässlicher Baum. Ich zerkratze dich, du böses Ding. Kätzchen, Kätzchen. Hör auf, was sagst du da? Fran, mein Liebling bist du es? Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Was ist los, mein Schatz? Natürlich bin ich es. Wer sonst? Fran, du bist ein Baum. Sei nicht albern. Hilf mir hoch. Warte mal. Wo sind meine Hände? Warum kann ich mich nicht bewegen? Wenn ich es dir doch sage, du bist ein Baum geworden. Was? Aber wie? Oh Mann, das war wohl das Ende der Reise. Ich glaube, die Pillen kicken ein bisschen härter als erwartet, wa? Das große Monster war es. Ich weiß es. Es will uns nicht nach Hause lassen. Ich hoffe, er kommt nicht zurück. Er war sehr gruselig. Er kommt immer zurück. Ich glaube, ich erinnere mich an ihn. Als es eine Nacht, in der Mama und Papa starben. Kätzchen, ich möchte nicht darüber reden. Ich will nur nach Hause. Aber du bist ein Baum. Ein Baum! Ich kann dich nicht nach Hause tragen. Außerdem weiß ich gar nicht, wo wir sind. Muss ich sterben, Kätzchen? Sag es mir. Sag das bitte nicht, Fran. Verlass mich nicht. Aber ich fühle mich so schwach. Hör auf oder ich katze dich. Hör auf oder ich katze dich. Was sagen sie doch, mein Kätzchen? Warum geschieht das mit uns? Haula. Hör auf mich anzugreifen, bitte. Ich bin keine Gefahr. Haula Ikniwanti. Kätzchen, hilf mir. Finde meine Tasche, bitte. Vielleicht hilft sie mir. Ich schaue mal, was ich tun kann. Hast du das schon gefunden? Ich glaube, der Kreator will mich töten. Ich suche weiter. Okay. Das sind ja auch Strumpfhosen. Okay, Franz Strümpfe. Da ist das Täschchen. Hm. Hm. Oh, diesen Stein nehme ich mit. Er glänzt. Können wir ihn für die Katze... Ah, ich sehe das gar nicht. Für die Katze hat diesen Stein im Mund. Sieht so lustig aus. Kann ich den Stein nutzen? Nur zum Mondstein mit Zahnrädern. So, jetzt steckt das fest. Können wir uns das Täschchen holen. Ich habe die Tasche. Und das nur, weil ich der Beste bin. Los geht's. Fran, bitte sei noch da. Nein. Fran, mein Liebling. Ich habe die Tasche. Das ist toll. Du bist der Beste, Mr. Midnight. Jetzt zeig dem Kerl, der mich angreift, mein Familienfoto. Vielleicht versteht er, was ein Mensch ist. Nun, ich hoffe es zumindest. Familienfoto benutzen mit Gemüse. Laufendes Gemüse. Oh, na, mi hauke. Ah, runma. Paske in Oldtau. Nein. Huch, wo bringst du mich denn hin, Herr Gemüse? Sie wollen dir helfen, Fran. Ich kann das fühlen. Okay, runma, etbo. Ich habe keine Angst, mein Liebling. Kätzchen, halte sie auf, bitte. Überlass mich nicht. Ich werde bei dir bleiben. Galompa, galompa. Galopp mal. Ups. Kapitel 3. Wachkoma. Okay. Diese Namen sind so seltsam. Was ist passiert? Wachkoma? Warum, warum Krachkoma? Ich bin sehr gespannt. Okay. Ich maue, ibtem, gorska, imitanul friol. Gorska, Ziaro? König des laufenden Gemüses? Aha. Willkommen, Kretur. Mein Name ist Ziaro. Sprichst du Mensch? Oh mein Gott. Ja, tue ich endlich. Mein guter Freund, Wright, hat mir erzählt, dass du mir ein Bild gezeigt hast. Mit vier Menschen und einer Katze. Ich nehme an, du bist eine von ihnen. Das ist keine Mädchen. Vergib meinem guten Freund, falls er sich erschreckt hat. Wir haben noch nie einen Menschen gesehen, der aussieht wie ein Baum. Bitte hilf mir, ich bin ein Mädchen. Ohohohoho, wir brauchen nicht sprechen, mein Kind. Dieser Samen zeigt mir alles. Alter, der hat dich gepflückt. Haha. Shit. Hm, lass mich mal sehen. Du bist gut, daran gibt es keinen Zweifel. Ein Sucher der Wahrheit. Was kommt in der Familie der Baus häufig vor? Ah, dein Name ist Fran, das Mädchen mit dem Leidenschaft für das Leben. Ich sehe große Liebe zu der kleinen Kreatur neben dir. Eine Katze, beschützter der Tore. Interessant. Siehst du alles in einem Samen? Sei still. Ich sehe noch etwas, der Samen verbirgt nichts. Ich sehe eine Welt, die niemand sehen sollte. Niemand außer einem. Was meinst du mit außer einem? Du meinst das Monster? Du solltest nicht hier sein, Fran. Das ist das einzige, was ich dir sagen kann, mein Kind. Ich will hier nicht sein. Ich will nach Hause. Wir könnten dich jetzt nicht gehen lassen. Es ist zu gefährlich für uns. Du hättest nie von unserer Existenz erfahren dürfen. Es muss einen Weg geben. Sag's mir. Bin ich tot oder so etwas? Tot? Was meinst du damit? Du weißt schon, wenn man nicht mehr da ist. Außerdem ist es nicht normal, ein Baum zu sein. Ich muss tot sein. Der Tod ist nur die Abwesenheit von Liebe. Sobald man keine Liebe mehr spürt, stirbt man. Selbst wenn sich der Körper noch bewegt. Dann bin ich nicht tot. Du musst mir helfen, nach Hause zu kommen. Kleine Katze, komm näher. Lass dich ansehen. Wie heißt du? Mein Name ist Mr. Midnight. Das ist ein sehr schöner Name. Glaubst du, Fran sollte nach Hause gehen? Ja, das tue ich. Sag uns deinen Heimweg. Ich flehe dich an. Ah, ich habe eine Frage. Bist du der König? Haha, du bist ja herrlich. Ja, ich bin der König. Der König von Etersta. Oh, welch Ehre, eure Hoheit. Übrigens mag ich eure Blätter. Die sind schön. Hoheit, König, bitte werdet ihr mir helfen. Warum wollt ihr so sein nach Hause gehen? Bis dahin erzählte mir eure Geschichte. Du hast nicht viel, zu dem du zurückgehen kannst. Es gibt trotzdem viele Gründe, Hoheit. Aber der wichtigste ist meine Tante. Sie wird mich beschützen. Ich möchte das Gefühl haben, dass sich jemand um mich kümmert. Relatable. Ich bin total verwirrt und ich möchte da sein, wo es sich nach zu Hause anfühlt. Verstehe. Ihr seid sehr mutig. Ich möchte einfach nur nach Hause. Bitte helft mir. Es gibt Dinge, die ich nicht tun kann. Aber ich werde euch helfen. Ich führe euch zu der Tür, die nach Hause führt. Aber ihr durchschreitet sie auf eigene Gefahr. Wirklich? Oh, vielen, vielen Dank. Wo ist diese Tür? Später. Eins nach dem anderen. Du musst in diesem Land gehen und sprechen können. Ja, das wäre wirklich toll. Ich fürchte, ich kann dir deinen menschlichen Körper nicht zurückgeben. Das kann nur der große Zauberer. Aber über ihn reden wir nach der Prozedur. Zuerst musst du unsere Sprache verstehen. Aber wie soll ich jemals eure Sprache verstehen? Isst diese Frucht. Mh, geilo. Voll seltsam, Alter. Deine Ohren und Zunge werden verstehen können, aber nicht deine Augen. Das heißt, du wirst nicht lesen können. Macht euch darüber keine Gedanken. Ich kann dir nachfragen. Entschuldigung, verstehst du, was ich sage, menschliches Wesen? Ja, tue ich. Du klingst so nett. Unglaublich. Hast du ihn verstanden, Kätzchen? Nein, habe ich nicht. Ich verlange eine Frucht für mich, für die Katze, eure Hoheit. Du brauchst ihn nicht, Mr. Midnight. Unser Land besteht aus Gerüchten und Geräuschen. Gerüchen und Geräuschen. Bald siehst du alles aus deiner eigenen Welt an. Daran habe ich keine Zweifel. Du schaffst das, Kätzchen. Und? Wisst ihr, warum ich ein Baum geworden bin? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich der Richtige bin, dir die Antwort zu geben. Warum nicht? Nun, es ist Zeit für die Prozedur. Hast du Höhenangst? Ein bisschen. Ja, mir wird schwindelig. Wieso? Dring sie nach oben. Sofort. Wohin bringt ihr mich? Was habt ihr mit mir vor? Du sollst Arme und Beine bekommen. Alles wird gut werden. Ich werde auf dich warten, Fran. Ich liebe dich. Prozedur? Wir werden sehen, was das sein wird, Alter. Schmeißt er uns jetzt runter? Was the fuck? Das ist so ein fliegendes Ocelot-Ding? Guten Tag. Mein Name ist Palontras. Ich bin heute dein Arzt. Zu Diensten. Bist du der Notfall? Wow, fantastisch. Was für ein großes, schönes, flauschiges Ding. Entschuldigung? Oh, tut mir leid. Es ist nur so, dass ich noch nie etwas wie dich gesehen habe. Ich versuche immer noch zu verstehen, dass all das hier echt ist. Mein Name ist Fran. Ich bin ein menschliches Mädchen. Der König schickte mich, um Arme und Beine zu bekommen, damit ich nach Hause kann. Oh, ein Mensch. Ich glaube, wir können die Arme und Beine besorgen. Um das zu schaffen, müssen wir aber ein wenig weiterreisen. Bist du bereit, die Pfoten des Biestes zu betreten? Welches Biest? Ich bin das Biest. Gehen wir. Da wären wir. Wow, dieser Ort ist so schön und friedlich. Ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Danke, das ist mein Zuhause. Hier wurde ich geboren. Der Geist des großen Wolkas erschuf ist. War Lukas, sorry. Hier gibt es das reinste Wasser im ganzen Universum. Oh, wow. Das klingt toll. Also, wann bekomme ich meine Arme und Beine wieder? Oh, stimmt. Wie weit ist das Wasser, das den Flug bereinigt hat? In der Zwischenzeit können wir uns unterhalten. Okay, also, wer ist dieser Walokas? Hast du noch nichts von den fünf Realitäten gehört? Er ist der König der ersten Realität. Vor langer Zeit war er im Krieg mit der Dunkelheit und eines Tages fiel er. Er fiel so schlimm, sein Herz war gebrochen, er war ganz allein. Aber er kam nach Itersta und sein Blut färbte dieses Wasser pink. Darum ist es so rein. Eine sehr lange Geschichte. Wow, das klingt super. Ich meine, ich wusste nichts von anderen Realitäten. Und warum bist du hier? Was brachte dich nach Itersta? Mein Kätzchen, Mr. Middard, ich war noch auf unserem Heimweg. Ich war so glücklich, ihn zu sehen und zu umarmen, aber dann fielen wir. Das große Monster, das er folgte, hat es getan. Er zerstörte die Brücke, er will mich tot sehen. Wer würde dich tot sehen wollen? Das klingt schrecklich. Ich möchte lieber nicht darüber reden. Aber, Herr Doktor, warum bin ich ein Baum geworden? Ja, manchmal sind unsere Wünsche so stark, dass sie wahr werden. Du hast es getan, um dich selbst am Leben zu halten. Sieh es mal so, der menschliche Körper wurde zerstört. Aber du wolltest freien bleiben. Du wolltest dein Leben behalten. Also hast du diese leere Hülle genutzt, um all deinen wertvollen Erinnerungen bei dir zu behalten. Es ist das erste Mal, dass ich einen Menschen in einem Baum als die Packung nutzen sehe. Aber es ist gefährlich, dich hier zu haben. Das macht unser Land angreifbar. Ich habe mir das selbst angetan. Wow, aber Palontras. Wie, ich wusste nicht, dass ich überhaupt was getan habe. Du wusstest wirklich nicht, was du getan hast? Verstehe. Nun denn, als du nach die Terster gereist bist, hast du eine Tür zwischen deinem und unserer Realität geöffnet. Und durch diese offene Tür können unbekannte Monster auch in unsere Realität eindringen. Und wenn das geschieht, wird das Gleichgewicht vergiftet. Und es gibt nur einen, der die zwei zur Realität vergiften würden wollte. Das Monster. Das schlimme Schwarze. Das darf nicht schon wieder passieren, auf keinen Fall. Nicht traurig sein, Doktor. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh, kleines Mädchen, du bist so nett und du musst dich für nichts entschuldigen. Du bist etwas ganz Besonderes, aber konzentrieren wir uns auf deine Arme und Beine. Hm, ja, Doktor. Soldat der Sonne, Geisteswasser, gib Fran ihre Arme und Beine. Wie fühlst du dich, Fran aus Iterster? Wow, ich fühle mich wie ein schöner Baum. Ich habe Blätter. Ja, freut mich, dass sie dir gefallen. Ich habe dir gesagt, wir kriegen das hin. Das Wasser ist magisch. Es heilt alles. Alles? Glaubst du, du kannst Mami und Papi wieder heil machen? Wie meinst du das, heil machen? Bestimmt nicht mit ihnen. Nichts, Doktor. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist der beste Doktor, den ich je hatte. Und du bist flauschig und schön. Ich hatte mal einen anderen Doktor, Dr. Deeran. Er war ein böser alter Mann. So? Ich wette, so schlimm war er nicht. Vielleicht hat er nur nach den Regeln gehandelt. Gehen wir jetzt. Ich setze dich bei der Station ab. Voll deep. Wie random ist bitte dieses Game? Mega random. Mega random. Hier sind wir wieder. Zeig Zia dem König, welchen netten Iter... Iteristianerin du geworden bist. Danke nochmal, Doktor. Du musst mal meine Katze kennenlernen. Das wäre wirklich toll. Bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.